Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge PvP mit Sitternder LP. Ich habe gerade keinen Plan, wie viel die Folge das ist. Und natürlich rausstellte Lüfter im Hintergrund wieder munter rum. So, äh, Server ist da. Wir hoppeln gleich mal auf den Hypixel-Server. Also da begrüßen sich halt die Pixel, wisst ihr ja. So, äh... FPS, was sagst du? Äh, ja... Ist wie immer recht gering, aber kann man da eventuell Grafikeinstellungen... Ne, also performancetechnisch ist die FD-Lobby immer so eine Sache. Äh, naja... Also bei mir sieht so eine Performance ja eigentlich ganz okay aus. Allerdings, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Falls es da total scheiße aussieht, äh, sorry. Wir gehen ja schon gleich ins Spiel. Und so weit spielen wir den nächsten Mal. Cops and Crimes nicht unbedingt. Blitz-SG, The Walls, kenne ich jetzt nicht. Paintball wäre eine Idee. Vampire Z. Okay, was ist das hier? Adventure Lobby. Close to Maintenance, schade. Äh, Casual Games. Okay. Quakecraft, kann man spielen. Mega Walls. TNT Games, äh, Arena Ball, Crazy Walls, okay. Champions, irgendwas, äh, kann ich leider nicht lesen. Sky Wars, äh, irgendwas, a card. Wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht, aber... Muss mal, was muss man hier machen? Ich hab keine Ahnung. Äh? What? Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Achso, Build Battle. Äh, what? Äh, was soll ich machen? Ich hab keinen Plan, was ich machen soll. Options. Äh, Language. Spanner Builder. Äh, das ist nicht... Ich wollte eigentlich nicht, aber... Äh... Raubüberfall. Kann ich da auch irgendwie wieder raus? Nee, nee, ich will nicht. Ich will nicht, äh... Das war nicht so... Das war so nicht geplant. Äh, gar nicht. Also... Also, mit T... Also, mit T... Mit Slash Lobby... Ja, ich will raus. Ich will ja nicht weiterspielen. Das war nicht... War nicht meine Intention, hier reinzugehen. Äh... Ich wollte eigentlich nicht unbedingt hier rein. Ich wollte nur gucken, was das ist. Aber gut. Äh... Äh, what is that? Achso, das ist wahrscheinlich... Achso, weil ich noch mal karte den ganzen Main Lobby. Nee, dann ist da nix. So, was passiert ist? Ich will euch sagen, wir spielen wieder Paintball. Äh... Ja, äh... Moment mal. Ja, Sound passt anders. Stimmt alles. Gut. Keine Probleme. Aufnahme läuft auch. Paintball, Paintball... The Bindball. One... One available. Äh... Okay. What? Ein Patch? Äh... Was für ein Patch? Äh... Companions... Pets. Äh... Okay, du brauchst VIP, um da dran zu kommen. Okay, gut. Weiterhin der Deliveryman zu bieten. Äh... Holen wir uns ein paar XP ab. Und dann würde ich mal sagen... Ab da rein. Äh... Ich würde mal sagen Orange Team. Sieht nett aus, diese Map. Hallöchen. Wo kann man da runter? Ähm... Wo kann man da runter? Ups. Hä? Hä? You're fracked. Ja... Ja... Kills habe ich natürlich noch keine. So... Ähm... 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 Schade. Äh... Nichts gescheppert, schade. Was war das denn? Äh... Was war das denn? Hat er doch definitiv einer seiner OP-Waffen angeknipst gehabt. Ähm... Ja, äh... Ja, äh... 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 Ähm... Ähm... Hallöchen... Gibt's irgendeinen blauen, den ich weghämmern kann? So, einen Kill hätte ich schon gerne. Schabarabar... Schabarabar... Hat er doch keinen weggesnackt? Mann, 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 Mann. Äh, ich will... Kann ich mir da irgendwas... Skillcoins hab ich noch gar keine. Schade. 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 Ähm... Hallöchen. Ah Mann, warum wurde ich weggefragt, bevor ich den weggefragt habe? Das ist doch kacke. Winner Orange, okay. Okay, gut. Gut, ähm, Questmaster, coming soon. I'm not ready yet, come back later. Sehr schön. So, dann hauen wir mal da rein. So, ich würde mal sagen, nehmen wir den da, nehmen wir Red. Und, äh, ja. Ich sehe nichts. Ähm. Ah Mann. Alter. Ja gut, aber 60 FPS habe ich ja im Spiel schon. Also von daher. Verdammt. Ähm. Ich weiß nicht, was diese Zahlen an der Seite bedeuten. Also wenn es bei einem auf Null ist, weiß ich, dass er verloren hat. Aber, wie genau? Oh ja, diese Zahlen gezählt werden. Hilfe. Mann, Mann, Mann. Oh, einen weggefragt. Zwei, es fehlt schon, zwei Kills. Geil. Äh. Äh. Spons gelegentlich an anderen Positionen. Okay. Nice to know. Achso, da oben geht's hoch. Okay. Ich dachte mir schon, hey, kann man da auch irgendwie hochlaufen? Aber ja, da oben geht's einen Weg. Da geht's einen Weg nach oben. So, ähm. Okay, drei Kills. Scheiße. Ähm. So, aber drei Kills immerhin. Wo? Äh. Okay. Jetzt bin ich mal wieder hier oben. Und... Jetzt müssen wir mal gucken, wo die blauen sind. Hallöchen. Okay, ist schon vorbei. Wir hatten gewonnen. Ich glaub, wir haben gewonnen, oder? Ja, gut. Ich bin rot. Genau, wir haben gewonnen. Sehr schön. Ähm. Naja, ähm. Wie spät ist denn? Da hat zwölf Minuten. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Nope. Ich hab grad nix zu. Was ist nix? Ne, Gifts will ich nicht. Gift ist gefährlich. Ähm. Ne, man kann mal white. Sieht aber auch geil aus, diese Map hier. Fuck, da war gerade ein. Gerade die hast gelegen. Die wollte ich haben. Mann. Ich glaub, den muss ich weghauen, oder? Ja. Ach, der schon wieder. Der hat mich doch eben schon mal weggesnackt gehabt, oder? Alter, wo war denn das jetzt? Ähm. Er hat mich weggefrackt. Ich hab ihn weggefrackt. Gut. Also, gut, dass ich weggefrackt wurde, weil er ist natürlich doof, aber dass ich ihn weggefrackt habe, finde ich, äh, finde ich da schon besser. Ähm. So. Und dann. So. Da hat's hoffentlich gerade einen Rudel von den anderen weggesnackt. Schade. Ähm. Alter, warum... Bin da alle weggesnackt, oder was? Mann. Schade. Schade. Ich renne mal hier lang. Dann guck mal, ob ich da jemanden erwische. Schade. Okay, Purple hat irgendwie gerade die höheren Zahlen. Keine Ahnung, was diese Dears da bringen. Schade. Ähm. Ähm. Schon wieder weggefrackt. Ich glaub, bei uns gehen die Zahlen irgendwie gerade Tendenz gegen Null. Also, Tendenz da unten. Ähm. Ich weiß nicht, wie diese Zahlen daneben zustande kommen und was sie für Vorteile haben. Schade. Ähm. Schade. Hä? Haut es da auf einmal alle weg, oder was? Na, egal. Ich weiß nicht, was dieses... äh... diese Zahlen da bedeuten. Oh, sogar zwei gleichzeitig gefrackt. Geil. Oder zwei kurz hintereinander. Ja, okay. Gut. Jetzt hab ich auch mal kapiert, wie das Ganze so ungefähr abläuft. Nach der zweiten Runde, oder nach dem zweiten Mal spielen. Ja, gut. Ähm. Ich würde mal sagen, eine Runde kann man ja noch spielen. So. Ähm. You found a mystery box. Die können wir natürlich gleich mal einsacken. So. Äh. Open. Oh. Ein Wolf-Pet. Ähm. Okay. Ah. Das ist die Map, wo ich letztes Mal abgebrochen habe. Habe ich nicht mal rot. Wieso ist denn er da draußen? Oder hat er sich einfach durchgepackt? Äh. Äh. Der sieht auch interessant aus. Interessante Leute. Oh. Äh. Der ist ein Tempel. Nice. Ähm. Schade. Und, äh, Ach so, das ist ja mein Team. Hoppala, Entschuldigung. Ähm... 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 Och, Mann, äh... Ähm... 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 Alter. Ähm... Könnte noch ein bisschen dauern, weil der Punktestand ist ungefähr aktuell gleich. Wobei aber... Ich fahre nach weiterer Stelle... Na gut, jetzt werde ich weggesnackt. Wurde der gerade weggefragt? Ja, offenbar schon. Also, ja, okay, das ist... Rot hat genuked und ich war rot. Gut, okay. Okay. Hm, nice. Was hab ich denn hier? Aha... Aha... Ah, okay, ich könnte mir mal was kaufen. Äh... Rambo, Creeperhead, plus drei. Strongarm, Revenge, Sentry... Bomberman... Nett... Äh... Ähm... Ich hab ja nur... Äh... 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 Hä, was? Wie? Moment. Äh... 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 Ach so, die müssen wir erstmal anlocken, die Dinger. Äh... Hm. Müsste ich mal gucken, wie das geht. Ähm... Ich hab keinen Plan, wie das funktioniert. Aber ich sehe, dass die Tendenz bei Aqua nach unten geht. Ähm... Also, du musst die Dinger erst irgendwie freischalten. Gut, okay. Das wusste ich bisher nicht, das... Ja... Also, bringen wir die Killcoins gerade mal gar nichts. Okay. Gut. Ähm... Ja, gut. Kills hab ich zwei immerhin. Jo. Gut. Ähm... Äh... So, und dann würde ich mal sagen... Hoppeln wir mal das Portal. Äh... Ja. Und hier hoppelt's wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber da kann ich jetzt leider auch nichts machen. Äh... Die Render Distance ist eigentlich schon relativ genau. Äh... Ich bin schon im YouTube Video drin. So, ähm... So, dann würde ich mal sagen... Stell ich mich mal auf meinen Heißluftballon. Und, äh... Flieg dann bei... Nächster... Gelegenheit... Mal ab. Und würde mal sagen... Tschüssi Kowski. Bis zum nächsten Mal. Ich flieg dann schon mal los. Bis dahin. Bye, bye. Und... Tschüssi Kowski. Und... Ciao. Ich verlasse dann mal den Server. Ich fliege weg. Und ich mag Züge. Genau. Und ich würde nur sagen... Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Euer SiddhunterLP. Und bis dahin. Ciao, ciao. Mit V. Und Au. Und... Keine Ahnung was. Ciao.